Arschloch Liebe Damen und Herren, so fing das an. Hier kommt die Geschichte dazu. Meine Mutter und ich gingen die Straße entlang. Ein kleines Mädchen kam uns entgegen, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Sie verstellte meiner Mutter den Weg, blickte mit vorgerecktem Kinn zu ihr auf und nahm innerlich gehörig Anlauf. Und dann sagte sie, Arschloch. Rhetorische Pause. Die Kleine hatte auf den Knopf gedrückt und nun wartete sie, dass die Bombe explodiert. Meine Mutter schaute zu der Kleinen herunter. Auf rhetorische Pausen versteht meine Mutter sich auch ziemlich gut. Und dann sagte sie, B-Schloch. Einfach so, als wäre das alles ganz normal, als hätte keine Beleidigung stattgefunden. Das ist eine Geschichte über Freiheit. Denn Freiheit ist die Macht, die Logik des Streites in Humor zu verwandeln. Im Kabarett haben wir das zur Kunstform gemacht. All die Dinge, die uns unzufrieden machen, einschüchtern oder verbittern, schicken wir durch einen tunnelvoller Humor und am anderen Ende kommen sie als vergnüglicher Abend heraus. Freiheit in Höchstkultur. Rekontextualisieren. Also in einen neuen Zusammenhang bringen, heißt das in der Seelsorge. Versuchen Sie das mal. Denken Sie an etwas, das Sie jedes Mal ärgert. Das passiert immer wieder und es hört nicht auf. Jedes Mal dieser Mist. Jedes Mal hängt dieser Heini das Klopapier so komisch auf und jedes Mal schreibt diese Tante meinen Namen falsch. Nie grüßt mich der Kerl. Immer muss ich zweimal kurbeln, bis ich mein Auto in diese verdammte Parklücke kriege. Und jedes Mal ist jemand schuld. Und mindestens einer oder gleich mehrere. Und nun stellen Sie sich mal vor, all diese Schuldigen würden das machen, weil sie sie lieben. Der mit dem Klopapier traut sich nicht, Ihnen das zu gestehen. Darum versucht er, Ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Die mit dem Namen möchte Ihre Stimme hören und findet es so sexy, wenn Sie Ihren Namen sagen. Der nicht Größer hat solchen Respekt vor Ihnen, dass er kein Wort herausbringt, sobald er sie sieht. Und die mit dem Parkplatz, die wollte Ihnen den besten Platz anbieten, mit dem schönsten und kürzesten Weg nach Hause. Dass der zu klein sein könnte, ist ihr gar nicht eingefallen, wo sie sie doch für einen so guten Autofahrer hält. Denn Sie kommen doch in jede Lücke, oder? Denn Sie wollen doch in jeden Fall aus. Untertitelung des ZDF, 2020